Lange lebe der Kaiser und damit herzlich willkommen zurück in Beyond the Wire, wo wir uns dieses Mal die Waffen des Deutschen Kaiserreiches ansehen. So, der ganz normale Rekrutieren, ich glaube nicht, dass es richtig übersetzt ist, hat ein Gewehr 98 und einen Grabenschläger. Allerdings würde ich erstmal sagen, wir verschaffen uns erstmal eine kleine Übersicht über die Sektionen. Wir haben die Kommandosektion, die Infanterie-Sektion, das schwere MG-Detachment und ansonsten noch Aufklärungsdetachment, Artillerie-Batterie und die Ingenieur-Sektion. Also genau die gleichen, die die Franzosen auch haben. Dann gucken wir erstmal hier rein, createn wir das mal und gucken. Wir haben zweimal die Pistole 08, aka die gute Luger, leider nicht in Gold, mit Säbel und Fernglas oder Säbel, Stielhand, Granate und Fernglas. Das heißt, man darf sich aussuchen, ob man noch eine Stielhandgranate haben möchte, hat man dann weniger Munition oder so. Den Signalgeber, der hat ein Gewehr 98 mit auch ein bisschen Gerappel dabei, aber wir gucken uns am besten mal die Luger an. Da habe ich jetzt nämlich gerade Lust drauf. So, das Ganze, so, Röpser ausgeschnitten, entsichert. Komischerweise mit der anderen Hand, das kann man nämlich normalerweise auch passabel mit dem Daumen erledigen. So, gucken wir mal, Kim und Korn. Und bringen wir mal ein paar Flaschen zum Platz. Damit lässt sich erstaunlich gut zielen und spawnen die einfach wieder, die Flaschen. Ja, die tauchen einfach wieder auf. Und sobald wir das Ding leer geschossen haben, sehen wir, der berühmte Kniegelenkverschluss schnackt nach oben und versperrt uns die Sicht. Und dadurch weiß der Schütze automatisch, ja, es ist Zeit zum Nachladen. Ich kann ja sowieso nicht mehr zielen. Also, mal gucken, was er jetzt macht. Normalerweise ein Magazin tauschen. Und einmal am Kniegelenkverschluss ziehen. Was passiert, wenn ich das Ganze nachlade und nicht leer geschossen habe? Normalerweise müsste jetzt der Schütze hergehen und einfach nur das Magazin wechseln, ohne irgendwas anderes zu machen. Ja, sogar Finger lang, Finger aus dem Abzugsbügel beim Nachladen. Alles vollkommen korrekt dargestellt. Das war von so einem Spiel aus der heutigen Zeit eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Ich weiß, ich meine bei einem Paarpistolen bei Tannenberg ist es falsch dargestellt. Hier haben wir unseren guten Säbel. Damit kann man bestimmt relativ gut abgehen im Graben. Und damit können wir dann auch blocken. Allerdings schnell schlagen und dann sofort blocken scheint nicht zu gehen. Da scheint so eine kleine Abklingzeit zwischen zu sein. Wahrscheinlich aus Balancing Gründen. So, ich schlage jetzt ganz schnell und versuche jetzt sofort ab jetzt zu blocken. Oh, jetzt ging's. So, Schlag, Schlag und blocken. Na, scheint noch ein bisschen unrund zu funktionieren. Wir haben unseren guten Feldstecher. Und können damit auch Markierungen platzieren. Ich glaube damit, aber ich glaube ich brauche noch einen Radiotypen, damit ich das wirklich machen kann. Oh, ich kann mich lehnen. Und wenn ich lehne, bewegt sich das Zielkreuz. Das ist interessant. Wie sieht das aus, wenn ich mich hier mit lehne? Das sieht auch ganz nett aus. Mit der Pistole im Anschlag. Oh, jetzt hat er den nicht fertig gesichert. Schießen kann ich aber trotzdem. Übrigens Luger auch bekannt dafür, sehr gute Deutschschussfähigkeit zu haben. Also Deutschschuss von Deuten und Schuss, nicht von Deutsch und Schuss. Das bedeutet, dass man die Waffe einfach irgendwo hin hält. Also quasi mit der Hand irgendwo hin zeigt. Und das Griffstück der Luger ist so geformt, dass man dann meistens auch dahin trifft, wo man quasi hin gezeigt hat. Man kann auch eine Taktik machen, indem man halt den Zeigefinger nicht in den Abzugsbügel tut, sondern den Zeigefinger sozusagen an die Waffe anlegt und dann den Mittelfinger in den Abzugsbügel tut. Und dann mit dem Zeigefinger wohin zeigt und dann mit dem Mittelfinger abzieht. Da hat man dann allerdings immer ein bisschen Probleme damit, den Rückschlag so gut wegkompensieren zu können. Apropos Rückschlag, der sieht mir relativ heftig aus. Also durchtriggern ist hier nicht. Hätte man auch damals wahrscheinlich nicht gemacht. Naja, obwohl in Panik, so im Graben. So, gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Genau, jetzt hat man immer das Problem, dass man dann einmal das Team wechseln muss, bevor man sich eine neue Klasse aussuchen darf. Und hier muss man jetzt immer ein bisschen warten. Das schneide ich am besten in dieser Folge einfach raus. Ah, sehr schön. So, wieder zurück in die deutsche Armee. Dann gucken wir uns mal den Rest der Commander-Sektion an. Ich glaube, der andere hatte nur ein Gewehr 98. So, dann gucken wir mal dahin, wo der coole Kram ist. Und zwar meistens in der Infanterie-Sektion. So, wir haben hier den Infanterie-Offizier. Der hat, oh, der hat sogar so ein bisschen so eine Auswahl. Säbel-Fernglas, Säbel-Stielhandgranaten, Säbel-Stielhandgranaten, Nebelbombe. Ach, dann kann er sich entscheiden, ob er ein Gewehr 98 haben möchte. Oder eine Luger. Wenn er sich für die Luger entscheidet, kriegt er noch Stielhandgranaten. Das kann metatechnisch eine gute Entscheidung sein. Aber das Gewehr 98, so würde ich natürlich auch gerne mal zeigen. So, und wir sehen, wir haben den Verschluss, also die ganze Verschlusshülse mit Kammer und allem, was da dran ist, weißfertig. Brüniert sind nur Visier und die Kammersperre, beziehungsweise der Kammerentnahmehebel. Wie hieß es denn nochmal offiziell? Ich werde es hier einblenden müssen, ich weiß es gar nicht mehr. Das deutsche Gewehr 98, ein relativ langes Infanterie-Gewehr mit dem berühmten Mauser 98-System dabei. Bei einem der besten und zuverlässigsten Systeme. Genau, hatte ja letztens der gute Wirbelwind im Discord gefragt, was an dem Mauser-System so gut ist. Und zwar, am Mauser-System ist erstens so gut, dass es relativ gut mit schlechter, also minderwertiger Munition klarkommt. Und dann ist noch relativ gut dran, dass es einfach ist zu bedienen. Das heißt, es ist fast egal, wie schnell oder langsam man die Kammer aufschlägt, den Verschluss öffnet, schließt und die Kammer wieder zuschlägt. Das ist bei anderen Gewehren nicht so wirklich der Fall. Wenn man zum Beispiel einem Li-Enfield ein bisschen zu zaghaft und zu langsam rumrepetiert, kann das zu Ladehemmungen führen. In einem Mauser ist das eigentlich fast egal, weil ein Mauser-Gewehr eine sogenannte vollkontrollierte Zuführung hat. Das würde aber zu weit führen. Hier haben wir das berühmte Lange-Visier und das war damals so ziemlich die einzige Schwachstelle von dem guten Stück. Und zwar, das Lange-Visier fing leider bei 400 Metern an. Das hatte damit zu tun, dass halt das Gewehr 98 für eine Rundkopfpatrone entwickelt wurde. Als dann von den Rundkopfpatronen auf Spitzmunition, also gotische Spitzbogenmunition, umgestellt wurde, da flog die gotische Spitzbogenmunition ein wenig zu gut und deswegen musste das Visier angepasst werden. Und so ging dann die Mindesteinstellung von 200 Meter auf 400 Meter. Und das hat besonders im Nahkampf dazu geführt, dass man dem Gegner auf die Füße zielen musste, um ihn in der Brust zu treffen. Das war sehr unpraktisch. In den meisten Spielen ist es allerdings nicht so dargestellt. Mal gucken, ob ich die Flasche da treffe. Ja, in den meisten Spielen aufgrund der Fairness ist es halt nicht so dargestellt. Und hier können wir auch auf relativ kleine Entfernung mit der Mindesteinstellung relativ gut kämpfen. Kann ich eigentlich das Visier verstellen? Scheinbar nicht. So, was passiert, wenn ich das Ding jetzt ganz leer schieße? Ah, sehr gut. Und man hat auch gesehen, dass beim letzten Schuss das Schlösschen gefallen ist. Jetzt müssen wir eigentlich mit einem Ladestreifen nachladen. Genau, ein Ladestreifen wird an die Waffe gelegt. Patronen kommen von Ladestreifen in die Waffe. Dann wird die Kamera geschlossen. Und das Gewehr 98 ist in der Lage, den Ladestreifen von sich aus loszuwerden. Z.B. Musiengewehre können das nicht. Da muss der Ladestreifen nach dem Nachladen von der Hand des Schützen aus der Ladestreifen-Nut entfernt werden. Was passiert, wenn ich nicht ganz leer schieße? Ah, das ist korrekt. Und zwar habt ihr gesehen, dass der Schütze seine Hand über das Patronenauswurfsfenster hält, damit die frische Patrone aus der Patronenkammer nicht verschwendet wird. Das ist richtig. Das hat hier in der letzten Folge bei den Franzosen beim Lebel ein wenig bemängelt. Und schießen, auch schießen auf große Entfernung ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ah, geht eigentlich. Ach, und ein Vorteil des Mauser-Systems ist, noch sehr, sehr präzise zu sein. Also, wenn gute Munition verwendet wird. So, habe ich ein Bayonett? Ja, habe ich sogar. Ich weiß halt nur nicht, wie man es benutzt. Und jetzt habe ich das nicht leer geschossen. Und jetzt klickt es. Das stimmt nicht. Ein Mauser macht keine Geräusche, wenn man es abzieht. So wie jetzt. Komischerweise hat es jetzt ein paar Mal geklickt, als ich es versucht habe, es leer abzudrücken. Denn Mauser-Gewehr macht eigentlich gar keine Geräusche, wenn man es leer abdrückt. Da bewegt sich halt nur ein bisschen der Abzug. Mal wieder nachladen. So, was habe ich sonst noch? Ach, den Säbel. Ach ja, genau. Ich bin ja Infanterieoffizier. Und ein Fernglas. Auch kein Wunder als Infanterieoffizier. Aber dann gucken wir uns mal den Rest an. So, kurz den Franzosen. So, da bin ich wieder. Und dann gucken wir uns mal den Rest an. Wir waren bei der Infanterie-Sektion. Wir haben Sturmangriff. Eine Pistole 08. Oh, Lange Luger. Lange Luger wird sofort mitgenommen. Da wird gar nicht nachgedacht. Lange Luger und ab ins Feld. Und die Sicherung ist gerade so ein bisschen rumgeglitscht. Das war ja meine absolute Lieblingswaffe in Verdun. So, gucken wir mal. Übrigens, die Lange Luger ist, ja, das ist einfach eine Luger. Die ist ein wenig länger. Die hat ein anderes Visier. Und zwar hat die ein Schiebevisier vorne auf dem Laufansatz. Und nicht mehr einfach nur die feste Kimme hinten auf dem Kniegelenkverschluss. Außerdem hat sie ein sogenanntes Anschlagbrett. Kann man die irgendwie größer sehen. Ach, hier ist es gar nicht dargestellt. So, gucken wir mal. Alter, das ist aber ein Rückschlag. Die hat ja mehr Rückschlag als die kurze Luger. Dabei haben Waffen mit längeren Läufen und besonders mit Anschlagbrettern eigentlich einen geringeren Rückschlag. Wer wissen will, warum das ist, dazu habe ich gemacht, warum kurze Läufe doof sind. Das ist ein Rückschlag vom Tarkov damals noch. Da ziehen wir es auch gar nicht so einfach. Ich finde, die ist ein bisschen zu stark vom Rückschluss. Und die hat das berühmte Schneckenmagazin, was dann später auch für die MP18 verwendet wurde. Obwohl man sich fragen muss, warum braucht denn eine Pistole so ein großes Magazin. Das hängt damit zusammen, dass das noch kein zweireihiges Magazin ist, sondern das ist ein einreihiges Magazin. Einreihige Magazine sind zwar etwas zuverlässiger von der Zuführung her, haben aber eine geringere Kapazität. Und so ist das dicke Magazin da unten, ich kann ja nochmal nachladen, hat eine Kapazität. Ich meine von etwa 30 Schuss, ich glaube es sind 32, 31 oder so, weiß ich gerade leider nicht auswendig. Was habe ich denn sonst noch? Sparten. Damit kann ich wahrscheinlich das zu Ende bauen, was die Ingenieure angefangen haben. Das müsste eine geballte Ladung sein. Ja, das ist eine sogenannte geballte Ladung, sogar mit Stacheldraht drumherum. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass so ein Ding dann irgendwo in der Ausrüstung zu haben, wenn da wirklich Stacheldraht drumherum ist, nicht sehr angenehm ist. Da bleibt man nämlich schnell mal irgendwo hängen. Das ist eigentlich eine gewöhnliche Stielhandgranate, wo zusätzlich die Sprengkapseln anderer Stielhandgranaten drumherum gebunden wurden, um eine größere Sprengwirkung zu erzielen. Boah! Das sieht cool aus. Das hat zwar so ein bisschen gestockt, die Animation von dem Rauch, aber es hört sich geil an und sieht auch richtig nice aus. Übrigens, im Vergleich zu den Granaten, welche wir wahrscheinlich dann noch in Form der Milzbomb bei den Briten und in Form der Mark II, meine ich, ist es so, das war die Mark I Handgranate, der Amerikaner sehen werden, ist das eine Sprenggranate. Eine Sprenggranate oder offensive Granate sieht so aus, dass sie halt größtenteils durch ihre Sprengwirkung, also durch die Druckbewegungswirkung der Explosion, Schaden anrichtet. Also sie richtet sehr viel Schaden auf einem sehr, sehr kleinen Gebiet an. Im Gegensatz dazu sind Splittergranaten oder offensive Granaten, diese verletzen nicht primär durch die Explosion, obwohl die Explosion natürlich auch nicht sonderlich gesund ist, sondern primär durch die Splitter, welche sie verteilen, die wirken auf einem größeren Gebiet mit etwas weniger Schaden. Deswegen nennt man sie auch defensive Granaten, weil so eine Splittergranate sollte man nur werfen, wenn man selber genug Deckung hat. Also deswegen defensive Granate, eine offensive Granate kann man auch relativ gut werfen, ohne Deckung zu nehmen, weil halt der Radius etwas kleiner ist. Und durch die Stielform, also durch das Vorhandensein eines Stiels an der deutschen offensiven Granate, also der Stielandgranate, konnte man sie auch sehr, sehr präzise werfen. Man muss ja auch eine Granate etwas präziser werfen, wenn sie einen kleineren Radius hat. So, was haben wir sonst noch? Das müsste eine Diskusgranate sein. Oder nee, das ist die Nebelgranate. Ist das ein Bug, dass alle Granaten so einen kleinen Knall von sich geben, wenn sie gerade losgehen? Also wenn sie geworfen werden. Scheint so. Oh, ich habe noch eine geballte Ladung. Kann ich damit irgendwas machen? Ach, ich kann ausholen? Ach nein, ich kann sie unterwerfen. Also ich kann sie von unten werfen. Oh, das hat wirklich in den Ohren gerade wehgetan. Also die Geräusche sind wirklich laut. Also man kann ja eine Granate halt über den Kopf werfen, dann wirft man sie relativ weit. Man kann sie halt auch unter den Kopf werfen. Und dann rollt man sie sozusagen so ein bisschen bowlingartig. Das ist auch relativ cool, dass es hier drin ist. Und zwar, wenn man eine Granate im Grabenkampf nicht wirklich so weit werfen möchte, kann man dann das benutzen. Ich meine, das geht auch in Tarkov. Ansonsten geht das in sehr, sehr wenigen Shootern, soweit ich mich da erinnere. So, dann wäre da der typische Teamwechsel. Und der Wechsel zurück, den ich jetzt natürlich wieder rausschneide. So, endlich wieder Deutscher sein. Und dann gucken wir mal, was war sonst noch in der Infanterie-Sektion drin. Wir haben Sturmangriff, der hatte die lange Luger. Grenadier. Dann haben wir den LMG-Schützen. Oh, der hat das Matzen-LMG. Auch interessant. Dann haben wir Sanitäter. Medic, der hat nur die Luger und der Schützer hat sonst nichts. Ich meine, der Grenadier hat ein Granatgerät. Kann das sein? Ah, hier steht es. Gewehr 98 und Rifle Grenades. Sehr schön, dann gucken wir uns das nochmal an. Gewehrgranatgeräte sind immer sehr spannend von der Darstellung her. Hier habe ich auch quasi ein eigenes Video zu in Day of Infamy. Da für den Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg sah das teilweise noch ein bisschen anders aus mit den Granatgeräten. Die kenne ich auch nicht ganz auswendig, wie die funktionieren. Ach, hier ist es. So, das ist der Schießbecher. Den müsste ich jetzt wahrscheinlich noch nachladen. Oder ist er schon? Sehr cool. Das ist so ein typischer Schießbecher. Ein Schießbecher ist einfach ein Becher, wo eine Granate reinkommt. Die wird dann durch, meine ich. Damals noch eine spezielle Treibladungskartusche angetrieben. Es gibt halt so drei verschiedene Arten, wie man so eine Gewehrgranate halt aus dem Lauf kriegen kann. Denn wenn man da eine echte Patrone reinschießt in eine Granate, sieht das meistens aus, dass die Granate dann einfach vorne explodiert und man einfach sich selbst wegsprengt. Es gibt Gewehrgranaten, die müssen mit Treibladungskartuschen angetrieben werden. Das ist quasi einfach eine Patrone ohne Geschoss, wo trotzdem Pulver drin ist. Dann geht halt das Pulver her und treibt nicht eine Patrone durch den Lauf, sondern treibt halt die Granate raus. Dann gibt es so eine Zwischenform. Das sind dann meistens relativ weiche Holz- oder meistens auch Bleigeschosse. Die sind dann halt nicht so stark wie so ein Vollmantelgeschoss. Die schießen dann in die Granate rein. Das ist dann das Shot-In-Verfahren. In die Granate rein und nehmen dann die Granate sozusagen mit. Und dann gibt es Shot-Through. Gut, das sind dann Granaten, also das sind dann so Gewehrgranaten. Die steckt man vorne in den Lauf. Die haben dann ein Loch drin und die werden dann mit echter, scharfer Vollmantelmunition betrieben. Da schießt dann das Projektil sozusagen durch die Granate durch. Und zwischen Granate und Granatbecher bildet sich dann halt so ein Gaskissen. Und dieses Gaskissen treibt das Ganze dann raus. Müsse ich auch mal ein genaues Video zu machen. So laden wir mal nach. Und wir sehen, da kommt einfach eine Granate vorne rein. Und dann wird noch durchgeladen. Allerdings bin ich mir sicher, dass diese deutsche Gewehrgranate 17, ist es meine ich, nicht mit Vollmantelmunition verschossen wird. Und ich habe schon wieder diesen Truck beschossen, der man auch sprengen kann. Habe ich sonst noch irgendwas Interessantes? Ja, das typische Butcher Blade. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier meine, dass ich jetzt hier ein Bayonett aufpflanzen möchte? Okay, kein Problem kann ich machen, wenn ich jetzt den Schießbecher benutzen möchte. Das geht normalerweise nämlich nicht gleichzeitig. Oh, dann verschwindet das Ganze einfach. Und den Schießbecher anzubringen, geht ein bisschen schnell für meinen Geschmack. So, dann haben wir noch eine ganz normale Stielhandgranate einzeln. So, das ist so eine kleine Porzellankugel. Und dann wechsel ich wieder zurück aufs Gewehr und dann macht ihr den Schießbecher wieder drauf. Also ihr macht ihn extra ab, um die Granate benutzen zu können. Ja, muss man wissen, wie man das macht. Und ich habe einfach keine Granate mehr, deswegen kann ich das nicht auswählen. So, dann gehen wir wieder zurück zu den Franzosen. Und schneiden wir kurz. So, wieder Deutsche. Und dann gucken wir mal, was hier im Rest des Infanterie-Sektion, also der Infanterie-Sektion rumfliegt. Da hatten wir sonst nichts. Matzen. Weiß nicht, ob ich das unbedingt zeigen muss. Einfach ein leichtes Maschinengewehr in Haifischbau, weil so das Magazin oben reinkommt. Ich glaube nicht, dass es da was Besonderes gibt. Gucken wir mal den Rest der Sektion an. Was die Leute mit dem schweren MG machen, verstehe ich nicht. Denn die haben auch einfach nur Gewehr 98 mit dem Fernglas. Also raus da. Ah, genau, das ist natürlich interessant. Okay, was kriegen wir für ein Scharfschützengewehr? Wir kriegen ein Scharfschützengewehr mit Gewehr 98. Ach nee, Scharfschützen mit Gewehr 98 heißt das einfach. Mit einem Grabenschläger. Da bin ich bekannt, was wir bekommen. Denn die Deutschen... Glasvisier. Okay. Die Deutschen hatten damals sehr, sehr verschiedene Zielvisiere auf ihren Scharfschützengewehren. Das kam daher, dass sie einfach die Ziel... Also das Erste, was die Deutschen probiert haben, ist einfach Jagdgewehre einzuziehen. Denn damals gab es in Deutschland eine Tradition, dass man damals auf die Jagd gegangen ist mit Büchsen, also Jagdbüchsen. Und die hatten Zielvisiere drauf. Im Gegensatz dazu gab es diese Tradition zum Beispiel in der Jagd in England nicht. Da galt es als relativ unweitmännisch, mit Zielvisieren zu jagen. Die haben dann noch mit Kimmer und Korn gejagt. Und die Deutsche Heeresleitung hat erstmal die ganzen Jäger gebeten, doch bitte ihre ganzen Jagdbüchsen abzugeben. Ein paar Jäger haben das gemacht. Dann haben die allerdings im Graben festgestellt, erstens, diese Jagdbüchsen sind überhaupt nicht für den Grabenkampf geeignet. Die waren nämlich meistens zu kurz, wenn sie für die Pirschjagd geeignet waren. Oder zu lang, wenn sie für die Hochsitzjagd geeignet waren. Dann waren sie nicht stabil genug. Und dann waren sie meistens in ganz, ganz komischen Patronen gekammert. Also für ganz, ganz komische Patronen eingekammert, die man nicht so einfach an die Front bringen konnte. Dann hat man Folgendes gemacht. Man hat von diesen abgegebenen Jagdbüchsen überall die Zielvisiere runter. Und hat dann diese Zielvisiere und dann jeweils ein relativ gut schießendes Gewehr 98 irgendeinen Büchsenmacher gegeben. Und der Büchsenmacher hat dann irgendwie das Visier da drauf geklatscht. Und deswegen gibt es halt ganz viele verschiedene Visiere, die die Deutschen damals im Ersten Weltkrieg als Scharfschützengewehre eingesetzt haben. Also ganz viele Visiere, die die Deutschen auf Scharfschützengewehre eingesetzt haben. Mit ganz vielen verschiedenen Mounts. Und eines der ersten standardisierten Sachen ist dieses Glasvisier. Dieses Glasvisier ist allerdings kein Scharfschützenvisier. Das hatte nämlich eher den Grund, also eher den Hintergrund, es sollte den Truppen auch bei Dämmerung noch ermöglichen weiter zu schießen. Und zwar sah das meistens so aus. Tagsüber hat man sich halt bekämpft oder gar nichts gemacht. Und nachts, als die Sicht schlecht war, ist man in der Dämmerung raus und hat sozusagen den Schützengraben ausgeweitet, den Stacheldraht erneuert, neue Sandsäcke aufgeschichtet und so weiter. Und das hat man in der Dämmerung gemacht. Und damit halt man die Briten oder die Amerikaner oder Franzosen, je nachdem an welcher Front man ist, bei dieser Dämmerung, wo die gearbeitet haben, trotzdem weiter beschießen zu können, hat man dieses Glasvisier entwickelt. Dieses Glasvisier ist in der Realität sehr, sehr unscharf, sehr, sehr matschig und es hat noch nicht mal ein eigenes Absehen. Ach, das sehen wir hier vorne, mache ich einen roten Pfeil dran. Und zwar zielt man nicht über ein Absehen durch das Glasvisier, sondern man tut vorne auf das originale Cone des Gewähr 98 so eine Platte drauf und auf der Platte ist so ein helles, weißes Dreieck, was man hier vorne klein sehen kann. Und da hat man dann mit gezielt. Und wer sich genauer für das Glasvisier interessiert, dazu habe ich quasi auch ein eigenes Video in Screaming Steel gemacht. So, zielen wir mal. Und wir sehen, das ist falsch. So sieht ein Glasvisier nicht aus. Ein Glasvisier ist nicht so scharf, ein Glasvisier ist nicht so groß. Und beim Glasvisier zielt man über diesen weißen Pfeil und nicht über ein eigenes Absehen, was dann wirklich hier so ein Feinabsehen wäre. Aber es steht Carl Zeiss richtig drauf. Und warum habe ich dich getroffen? Jetzt habe ich mich getroffen. Wie gesagt, Glasvisier ist eine Zielhilfe für Dämmerung und kein Schadfützenvisier. Wahrscheinlich ist denen einfach nichts anderes eingefallen. Dafür hat es den Vorteil, dass es so weit vorne sitzt, dass man es trotzdem noch mit Ladestreifen beladen kann. Wie gesagt, das ist auch der Grund bei dem APX der Franzosen, dass es an der Seite sitzt, damit man es noch mit Ladestreifen beladen kann. Als die Deutschen dann hergegangen sind und haben herausgefunden, dass seitlich versetzte Visiere aus Gründen einfach nicht so ganz so gut sind, haben sie angefangen, dann wirklich Zielvisiere, wie heutzutage das übliche, auf die Verschlussbrücke, also über das höchste Aufschlussfenster zu packen. Dann haben sie aber gesagt, okay, jetzt brauchen die Scharfschützen ein bisschen lange zum Nachladen. Wie können wir das ausgleichen und haben dann meistens an die Scharfschützenvisiere unten ein Grabenmagazin herangepackt. Ein Grabenmagazin oder offizielle Bezeichnung damals war Mehrladeeinrichtung. War dann ein Magazin für, ich glaube, 20 bis 25 Patronen. Um das so ein bisschen auszugleichen. Man hat dann erst später gemerkt, dass Scharfschützen gar nicht so viel Munition verbrauchen, dass es wirklich schlimm ist, wenn man dann die Patronen einzeln nachladen muss. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen schneiden. So, zurück auf der richtigen Seite. So, das hatten wir gerade geguckt. Ich glaube, die haben aber auch nichts Besonderes. Der hat wieder einfach nur eine lange Luger. Lange Luger mit irgendwas. Sandsäcke, genau, die werden wahrscheinlich keine groß anderen Sandsäcke haben als die Franzosen. So, dann würde ich sagen, hat der noch irgendwas? Habe ich hier irgendwie vielleicht eine MP18 oder so? So, noch mal ins Infanterie Detachment gucken. Okay, jetzt habe ich mich verklickt. Okay, create. So, manche dürfen sich nämlich so ein bisschen was aussuchen, andere nicht. Sturmangriff, darf der sich was aussuchen? Ja, darf er auch, aber das haben wir schon gesehen. Das haben wir schon gesehen. Darf er sich irgendwas aussuchen? Kein MG18. Auch nicht und der Schütze schon gar nicht. Okay, dann gucken wir uns noch mal das Matzen an. Das Matzen ist ein, ich meine, das war ein dänisches leichtes Maschinengewehr. Eines so der recht frühen leichten Maschinengewehre. Noch mit einem klassischen Gewehrschaft und mit einem Magazin in sogenannter Haifischbauweise. Das bedeutet, es guckt nach oben raus. Und wer sich manchmal, also viele beschweren sich ja, oh, das ist so doof, wenn man zum Beispiel jetzt halt die ganze Sichthälfte nicht mehr sehen kann. Man muss überlegen, dass damals nicht ein einziger Typ, also ein einziger Soldat das Ding bedient hat. Der hatte nämlich meistens noch einen Typ neben einem. Der hat dann immer geguckt. Erstens wird der Soldat von der Seite angegriffen. Und zweitens ist das Magazin der, der normalerweise sieht das so aus, dass man das Ding auch nicht selber nachlädt. In der Realität hätte man sich jetzt irgendwo hingefläht und hätte dann jemanden neben sich stehen, der für einen nachlädt. Und ich finde das richtig cool, hier dieses abgewetzte Messing vom Magazin. Also, so Waffenbeschädigungen haben die auf jeden Fall drauf. Kann ich irgendwie das Zweibein ausklappen? Oh, scheinbar. Okay, ist es auf C. Das hätte man wahrscheinlich mit dem Shoshar auch gekonnt. Und dann ist es sogar relativ stabil. Also von der Stabilität geht es eigentlich. So, jetzt ist leer. So, Waffen wieder gespannt. Neues Magazin rein. Auch ein einreihiges Magazin, deswegen ist das so dünn. Die Deutschen haben damals eine relativ geringe Anzahl, also Stückzahl Matzen gekauft von den Bängen. Achso, ich möchte auch noch wissen, was passiert, wenn man es halt nicht ganz leer schießt. Ist halt eine zuschießende Waffe, das heißt mit offener Verschlussstellung. Der Verschluss ist offen und für jeden Schuss rast der Verschluss einmal nach vorne, nimmt eine Patrone mit und sobald der Verschluss vorne angekommen ist, wird halt die Patrone gezündet. Und deswegen muss man die Waffe nicht durchladen, sondern nur einmal spannen, wenn man den sogenannten nullten Schuss abgegeben hat. Der nullte Schuss bei der Zushi ist eine Waffe, die sieht etwa so aus. Die Waffe weiß ja nicht, ob das das Magazin leer ist. Und deswegen denkt die Waffe, es könnte einfach den Verschluss nach vorne gleiten lassen, eine Patrone aufnehmen und dann die Patrone vorne zünden. Durch die Kraft der Patrone wird dann der Verschluss nach hinten geworfen und könnte dann die nächste Patrone holen. Wenn da natürlich keine Patrone ist, schlägt der Verschluss einfach nur nach vorne und bleibt dann halt vorne. Und deswegen, bei leergeschossen Magazin, muss die Waffe dann einmal neu gespannt werden. Das heißt, über diesen Griff, der so ein bisschen aussieht wie so eine Garnrolle, muss dann einmal der Verschluss gespannt werden. Ich meine, wenn ich deswegen nicht ganz leer schieße, ist das auch nicht nötig. Ja, vollkommen korrekt. Ja, damit würde ich noch sagen, beim Deutschen Kaiserreich wären dann keine Waffen mehr übrig. Dann gucke ich mir im nächsten Video wahrscheinlich die Engländer an, weil die auch noch einigen spannenden Kram bei sich haben. Ja, damit ihr dieses Video nicht verpasst, könnt ihr jetzt hier auf YouTube meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, wo es wahrscheinlich auch spannendes Zeug gibt. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken oder ein anderes Video gucken. Dann würde ich mich noch ganz herzlich über Follower beim gleichnarbigen Twitter und beim Instagram freuen, wo ich allerdings bei Instagram ein bisschen anders heiße. Dann denkt an das Algorithmus-Tierchen. Dieses erinnert sich von Likes, Kommentaren, Teilungen, Ansichten meiner Videos auf Fernsehern und noch einigen anderen Kram. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.